Was? Oh nein, Cory, bist du okay? So, so los ist. Hui, Euli. Meine. Süß. Aha. So, auch meine. Eins von drei. Okay, zwei von drei. Einige Steine fehlen noch. Ach, wie ein welcher Zufall. Hui, ui, ui, ui. Das sieht wie ein Wohnzimmer aus. Eine Puppe fehlt wohl immer noch. So, also wenn ich das dann durch hab, ist erstmal mit mir Sabbat mit Wimmelbild. So sind sie ja auch nicht schlecht, aber wie gesagt, wenn man drei Stück durcheinander spielt, ist das schon ein bisschen kurz gleich Brüll. So, was sind wir denn? Hier gibt's was. Vermutlich sollte ich das löschen. Ach, Quatsch. Hör auf damit. Musst du gar nicht. Das ist ein Quatsch. Durch die Flammen komme ich durch dein Kristall heran. Iii, 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 Iii. Aha. Wir haben eine Voodoo-Puppe. Mit der Voodoo-Puppe voodoo-en wir uns mal hier rüber. Und dann tun wir mal diese Voodoo-Puppe hier voodoo-en. Odaram, sodaram, odaram. Ähm, ah, okay, ähm, aha, und wir dürfen wimmeln, gestaubelte Steine, haben wir irgendwo Steine, nein, wir haben natürlich keine Steine, eine frische Zitrone, ach, wäre das schön, wenn die alt wäre, so, Zitronenschule, okay, wir brauchen, phosphoristierender Trank, aha, 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 und den Krokodil brauchen wir auch noch, Krogophant, Krogophant, reich mir deine Hand, du kleiner Krogophant, so, und den Nadel brauchen wir auch noch, Nadel, was sind das, Steine oder was, gestaubelte Steine, okay, Ok, da haben wir schon mal einen Stein, ein Stein, hahaha, ein Stein, zwei Stein, kein Stein, was ist die in der Tragenkirche, eine Tarotkarte, Räucherstäbchen, wo sind die Räucherstäbchen, wo sind die Räucherstäbchen, wo sind die Räucherstäbchen, wo sind die Räucherstäbchen, Stäbchen, 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 Stäbchen. Jo, Baby. Wie geil. So, gestoppte Steine brauchen wir auch noch. Hallo. Kein Stein, okay. Ein Krabbenbanzer. Mr. Krabs. Krokodil-Dreieck. Dreieck, Dreieck. Jeje, ich grins nicht an. Oh, Entschuldigung, dass ich gehen muss. Krokodil. Ich sehe ja kein Krokodil. Ich sehe doch ein Krokodil. Mann, Mann, Mann. Eine Nadel. Eine Tarotkarte und Nadel. Eine Nadel. Eine Nadel. Du geiles Nadel, du bist nicht in die Spitze. Eine Nadel. Eine Tarotkarte. Dann habe ich irgendwo eine Tarotkarte. Das ist keine Tarotkarte. Hier ist eine Tarotkarte. Und dann brauchen wir noch einen Stein. So. Blauwitsch-Projekt. Wir haben Riechsalz. Hättet ihr bloß mit ihrer Hose aufmachen müssen, dann wäre es auch... Nein, Entschuldigung. So. Hier, Schatz, Schnüffel. Oh, meine Hose. Was hat... Oh. Oh! Das... Wahnsinn! Das alte Witte! Wie kann sie nutzen... Eine Frau wie diese? Schade, ich habe nicht gesehen, woher sie ging. Wir müssen uns die Frau. Warte. Warte, hat die Wälder geplant, um die Isle zu fliegen? Diese alte Wälder! Wie könnte sie diese jungen Frau so benutzen? Furchtbar, furchtbar! Ach, da fehlt immer noch die Hälfte. Nein, geht nicht. Aber dafür willst du das und gehen jetzt mal herunter und werden. Oh, schau, Mom! Was ist dieses Buch? Es sieht aus, dass es vorhin gelesen wurde. Ich schaue es. Vielleicht find ich etwas, das uns helfen kann. Okay, wir reden erst mal mit dem Mädel. Eine Diary? Ich frage mich, ob es mir etwas benötigt wird. Oh, das! Na! Ist ja auch nicht heiß, kann man sofort angreifen. Geht. Kein Problem. Aufspießen. Spieß, spieß, spieß! Nö, da können wir das spießen. Schau da, das Spießen macht so einen Spaß. Ein Spießerger Spießspaus. Da bin ich gut. Bin ich einfach doch gut? Ein magisches Amulett. Die Hexe hat es wohl nicht fertiggestellt. Ach nee, ist auch schon aufgefallen. So, dann fehlt noch ein Deal. Ein Deal fehlt noch. Ein Deal. Krimtel. Krimtels. Und wo muss man denn hin? Wieder hierher. Ja klar. Ja, jetzt setzen wir das mal hier ein. Ja. Ich muss eindeutig mehr mit Kamera spielen. Na, jetzt tu doch mal was, du Kuh. Ach hier. Ach, hier. Ach, ich muss so pullern. Oh, der Druck, der Druck. Ich halte nicht mehr aus. Oh, yeah. Ach, der alte Druck auf der Blase. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ja. Der Schädel steckt nur in den Rahmen fest. Wir haben da aber unseren Rahmen rausreißhaugen. Mann, bin ich gut. Okay, da kommt wieder irgendwas rein. Dieses Fenster war ein höheren Stockwerk, bevor alles verrottet ist. Na, genau wie du. Das funktioniert nicht. Okay. Okay. Oh mein Gott. Wir haben eine Schraube. Oh mein Gott. Wir haben... Oh, wie einfallsreich. Du drehst die umliegenden Formen, damit das richtiges Objekt... Geht doch gar nicht. Damit das richtige Objekt passt. Mhm. Wie toll. Oh mein Gott. Aber hier gibt's noch was. Das wir übersehen haben. Ah. Okay. Wir wimmeln mitten im Brand. Es brennt ja nur, Freunde. Es brennt ja nur, Freunde. Es brennt ja nur. Ist ja nicht schlimm, wenn's brennt. Es könnte schlimmer sein. Es könnte ja schneien. Ach ja. Ich will das heute noch durchspielen. Aber hier haben ich mal wegen das hinter mir drauf. Körschen! Kuru, kuru, kuruu. Körschen, kuru, kuruuu. Ich bin auch schon wieder... Knapp eine Stunde schon wieder an diesen dünnen Bundeskapitel. Hundzwingsgelder. Zeig's mir, Baby. Zeig's mir. Wie gesagt, ich hab's langsam keine Nerven mehr. Ich weiß, das ist hier der letzte Rest, den wir spielen müssen. Und den werden wir jetzt auch noch durchspielen, jetzt an ein Stück. Wir werden das schon schaffen. Wir sind ja schon groß, nicht? Los, zeig's mir. Aha. So, und einen Teil brauchen wir noch. Geht's mit rennendem Klicken? Ich hab irgendwie... Random klicken. Clickbait. Clickbait. Hmm... Hmm... Okay, wir schauen mal, wo das letzte ist. Ah, dort. Ja, hab's doch gesehen. Hey, wir haben eine Zange! Geh mal die Tange her. So, wir haben eine Zange. Wir haben eine Schraube, eine Zange, einen Spieß. Ja, bei einen einen Spieß. Ab mit dir uns verließ. Mit der Zange. Können wir doch vielleicht das wegzangen? Natürlich! Klaru! Hier! Ich habe etwas wichtiges. Ja, es kommt losz. 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 Jones mit dieser Sache. Aber du hast ihn verletzt, also sie braucht es nicht. Jetzt will sie nach Davies Schiff und die Frau mit der Frau wegschrauben. Ah! Und wir wimmeln wieder. Ist ja auch ein ganz schön langes Bundeskapitel, Freunde. Und dann können wir echt durchschmeckern. Also kann es wirklich durchschmeckern. Es ist wirklich ein sehr, sehr langes Bundeskapitel, mal wieder. Und das werden wir durch über eine Stunde drüber. Also wir werden weit über eine Stunde drüber sein. Das sehe ich jetzt schon. Na komm, drei Teile noch. Drei Teile. Ja, hier ist noch eins. Drei kleine Teile hatten Langeweile. Drei kleine Teile hatten Langeweile. D-d-d-d-d-d, d-d-d-d-d-d. Ach, tschuldigung. Das ist da-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. So langsam sehe ich echt nichts mehr. Ich habe dieses ganze 3 Telles in einem Stück hier durchgespielt. Keine Jüdenteile. Na juhu. Das ist schon mal viel wert, ne? Also, wenn man die hat, dann ist das schon stark. Das ist ganz gut. So. Link. Nein. Link. Ui. Hä? Och, nö. Bringen alle Kajuden in die korrekte Position aufdrehen? Müssen wir aufdrehen? Ne, ist doch hier. Dieses Spiel mobbt mich. Das ist ein verdammtes Mubbing-Spiel. Naja. Okay, das könnte hier passen. Ja, sag ich doch. Das passt natürlich nicht. Wie könnte ich das nur annehmen? Ne, jetzt passiert gar nichts. Sag mal, hallo? Ne, das passt auch nicht. Okay, aber das könnte hier passen, oder? Sorry, Storch. Okay, das passt hier. Dann könnte das hier passen. Dann dieses hier. Welches könnte hier passen? Dieses eines welches könnte, könnte, wie gesagt, es könnte, es könnte im Gelände, es könnte, das passt schon mal hier. So. Hä? Okay, das passt hier. Okay, das passt dort. Und dafür, oder? Aha! Yay! Ich kann das Schiff von hier sehen. Ich denke, die Witch ist da. Hey! Hui, was haben wir denn hier? Ha! Da ist der Knauf! Ich wusste, dass ich früher oder später darüber stolper. Ach, welch Zufall, welch Zufall! Ja, nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit, stoppen wir uns alles in die Unterhose. Da verziert der Bergstein, ist, da verziert der Bergstein, ist Teil der Mauer. Ja, stoppt ihr seid im Tanker, da gefällt es allen. Wird es auch mir gefallen. Was haben wir denn hier? Aha! Wir haben Leim. Sieht wie die Hälfte einer Zange aus? Guck mal, wir haben so die andere Hälfte. Alter, sag mal. Noch eins. Wir haben eine Zange. Na juhu. Wir sind so gut. Und mit der Zange machen wir mal dies. Ja. Ja. Dann, ähm, ähm... Da, da, auf dem Schiff. Wir können sie nicht wegfallen. Wir lassen sie nicht entkommen, meine junge Meid. Wir werden sie mies dahin schlachten. Aha, das muss jetzt also hier irgendwie reinpassen. Na, sind wir's oder sind wir's? Wir sind's, Freunde. Wir sind's. Wir sind es, Wassertalisman. Jippie. Was haben wir denn noch? Ach, hier ist auch noch was. Okay. Aber was? Was könnte denn hier noch sein? Eieieiei, Samsung, Tiffy, Herr von Bödefels. Und wir haben den Talisman des Todes. Sehr schön. Und hier rüber. Baby, ich hab den Talisman... Sie sind da, auf dem Schiff. Wir können sie nicht wegwerfen. Eine weitere fehlende Brücke. Was ist mit dieser Stadt nur los? Was ist mit dir bloß los? Leim. Okay, den Leim wollen wir reinklatschen. Das ist schon mal viel wert. Passt. Vielleicht stoppt es mit was anderen. Ja, da fehlt noch ein Objekt. Ich weiß. Aber hier, guck mal, das sind doch nette Büroden. Guck, da, 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 hier steht einfach einer in der Luft. Und hier sitzt ein kleiner Teddy. Und da, 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 der Herr, der macht mir den Teddy ganz viel Spaß. Auch abends, wenn es dunkel wird. Wenn spezifische Geschlechtsteile eingestützt werden. Das ist vorbei, Mrs. Black. Ich bin sorry für das Pact. Mein Name ist O'Malley. Ich war der Herr Alchemist für Mr. Jones. Ich bin bounden von den Prometern, die ich gemacht habe, bevor ich sterbe. Es gibt keine Erwartung. Jeder, der mit einem Deal mit Mr. Jones ist verletzt, ist auf dieser Ebene. Du musst findest eine Weise, um den Pact zu erfüllen. Wir sind wieder in serious trouble, sind wir? Wir sind wieder in einer Weise, um den Pact zu erfüllen.